und ich blamiere mich ein bisschen auf alle gnochen was nehmen wir zum spontan haben wir irgendwas in sachsen schüler wollte ja dass ich nach sachsen fahre fahren wir mal nach kiel so lange strecke wir fahren mal zu sascha nach hamburg hier ein bisschen sand hinbringen die haben ja kein sand dort gibt es ja in hamburg nicht, da gibt es ja nur wasser dankeschirah chris ich will dich mal sehen wenn du ein spiel spielst was du noch nie gespielt hast und die störung nicht mal gelesen hast ich spiele ohne tutorials ich will sowas immer scheiß drauf irgendwie wir fahren jetzt ja auch mal mit mercedes bringen mal sand nach nach hamburg wo bin ich hier wo ist der ausgang ach da kann man auf dem ticker seien hier auf den ganzen dingen hier navigations haben wir euch meine perle ja weil diese mutter an ein verzeh das wo geht es mal raus wo gucke ich in welche rechte gucke ich denn hier das sieht schon mal gut aus oder doch hier kann ich rumfahren ja das machen wir mal ja aber ist gas geben wir manchmal sahrradiver 210 schürzt die werte hat sich gesehen ich ich gebe gas wir macht das steine hin wie bremst man so damit sterben aber was ich rechts hoch kann ich auch rückwärts fahren rückwärts auch vor vorbeigefahren auch hier drehen wir mal das krieg hin fahren fahrer vorwärts fahrer vorwärts ja das habe ich doch gesehen chris fahrer vorwärts wie soll ich da jetzt hochkommen bergziehen modus hat jetzt noch nicht ich habe post ist egal wie komme ich da jetzt hoch okay danke julie gibt gas schneller fliegen ja das kann ich auch mal machen hast du gar nicht china also der schläft ja ein hochfahren das war ja hier kann ich gut reden das schaffe ich also beziehen wir gar nicht davon stehen darf eben noch ein bisschen schöner von fahren die spielst du hast eigentlich zu laut was war war das war da das war das war also hier ist gar nicht hoch ich dachte hochfahren ich muss hier rausfahren das würde auch mal sinn machen links raus ich will dieses navi richtig katastrophe wissen ich kann es kaum erkennen ich habe kein skype wo geht es jetzt hier raus links das ist immer so geschehen links raus ich denke ich dann gibt doch gas und kein sprit ja ich nehme mal auf richtig jetzt ja ich bin doch links gefahren mehr links geht doch gar nicht hier geht es doch hoch links 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 die fahrt doch schon links also der lkw gefällt mir nicht fahren der kommt ja nicht hoch der kommt ja nicht hoch ich schiebe gleich schiebe ich an leute der kommt ja nicht hoch wer schafft das nicht verdammte hacke ja klar ja ich fand ich in der formel 1 schon schlecht also wie kann man mit so einem lkw nur fahren oder freiwillig fahren wollen kommt ja gar nicht voran der kommt ja nicht hoch Kommt ihr nicht hoch? Das schafft das Lachen. Hallo? Was macht ihr denn da? Ich habe den Spiegel kaputt gekriegt. Alter! Ja, gib Gas, Junge! Ach so! Ah, das war ein Falsch-Roster! So! Gleich haben wir es geschafft! Ich bin der beste Fahrer hier! Mit mir als Lieferant! Als LKW-Fahrer klappt alles! Ja, Missionsziel erreicht! Ich kann das Spiel jetzt wieder aufhören! Ausland gefunden! Ja, wir sollten mal schalten! So! Option da! Das war's ja schon! Ich habe jetzt während der Fahrt anfangs noch nicht so die Lust zu schalten! Solltet ihr in den Chat gucken? Ich bin... Du musst wie lang links! Das war Ü, ne? Das ist mal wieder gar nichts! Toll! Ja, wird schon passen! Ich bin ein Geisterfahrer! Also, ich glaube, das will ich mir auch nochmal die Tage! Und dann werde ich mal zeigen, wie man richtig fährt! Dann zeige ich euch, wie ein richtiger Hase aussieht! Wie schnell fahre ich überhaupt? Oh, ein bisschen zu schnell! Ein bisschen abbremsen! Wir wollen ja keine Strafzelle kriegen! Ah! Gegenverkehr! Das ist mal Flo. Ich bin ein Geisterfahrer! Na! Ah! Ah! Was ist das? Ja, ich gucke nach links, da kann ja auch so viel kommen. Ich hoffe, du bist kein Geisterfahrer, ne, ich will da, dann hängt er nicht rum. Ja, ich weiß noch nicht genau, Chris. Was? haben wir euch ich komme rote was die kilometer muss ich ihn fahren ich achte mal ganz kurz auf den chat und dann ist gleich die straße da muss man eine bessere lösung einfallen lassen das schöne ist ich lasse mich noch rollen welche durchtreten hier da schaffen die 100 kam die 100 bäume was für ausfahrt russ aber jetzt zu blinken als julie wenn ich wenn wir das über wie was passiert sie ja gemacht haben mit punkten aufschreiben jetzt schon 150 punkte hätte aufhören ja ich weiß man soll sich beim autofahrt nicht ablenken ablenken das nicht ablenken wo es hat auch was fahrspur wechsel ohne blinker jawohl war das was war echt ich muss euch sein ich trinke eigentlich gerade nur mineralwasser ja ich habe lecken gesagt ja aber es hat die frage an die kurs gaming ist an der ausfahrt er macht jetzt ausfahrten was war jetzt los es war dass wir gerade aus dem chat geguckt er selber schuld war ein unfall glaube ich oder was muss ich runter hier unterschalten oder was wird sein richtiger kontext packung was am hüsli ich muss runter schreibt es gerade da fahren wir runter ich will es aber ein bisschen kontraktiv dass sie nicht so schnell das kotze wieder dass die blinker auf der anderen seite das ist natur sind bevor wir umlegen wenn man da heute war hast du noch eine 6k leitung ist ja wieder erste sahne ok niemand mehr was sagen soll sich selber zurecht finden wo kann man ja mal wenden das machen wir jetzt einfach darf man hier abbiegen wenden ich habe keine ahnung ich habe keine schilder beachtet komm blink mal kannst du als ich beide spuren gerade einnehme ja oops tamm 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 aber mit der maus steuern meine maus schon so sensibel die sind auch sensibel als meine tastatur oh man oh man oh man ich glaube das spiel ist nicht zu mich ja scheiß mit verkehr die frage ist er sagt ich soll jetzt hier hoch fahren genau sicher ich kann auch nicht wenden ich habe eine richtig bescheidene maus zurzeit weil meine gelbe maus im arsch ist das ich habe das gefühl und hier muss ich raus ja ich glaube bei meinem fahrstil bei meinem fahrstil werde ich auf keinen fall jemals einen eigenen lkw besitzen die reparatur kosten können wir gar nicht leisten wo ist jetzt schon wieder los wo ist die drei die linien auf der straße sieht schön aus ja ja also ich finde ich habe auf jeden fall unterhaltung ich meine pro gamer gibt es ja mehr als genug aber nicht solche wie ich ich werde raten drei vier 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 Untertitelung des ZDF, 2020